ja herzlich willkommen auf meinem kanal zu ein weiteres video von mir ja es sieht ich habe jetzt den projector den ich euch gezeigt habe eben vorhin ich habe gedacht ich mache nur mal ein spezial video worum es geht wird gleich sagen aber erst möchte ich euch mal die sammlung zeigen so sieht es aus und wenn man licht an macht möchte ich euch mal gerne was mal zeigen jetzt achtet mal genommen ganz ganz hinten ganz ganz hinten der getarnte seht ihr dass ich licht anmache sieht das wie im film sieht man denn gar nicht und wenn die tapete bis in der farbe wäre würde denn gar nicht mehr sehen und das ist das entscheidende bei der firma diese figuren zu machen und möglich haargenau wie im film die geilen figuren zu machen und das ist mega hier und worum geht es heute ist ganz einfach ich möchte euch mal mal zeigen was an zubehör von den figuren übrig bleiben was dabei ist und da kann man auch wirklich gute ideen mitmachen und ich werde euch mal was zeigen was dabei ist was übrig bleibt überhaupt herzlich willkommen hier ist euer mike auf meinem kanal noch einmal ein spezial video für mich an euch persönlich ja was es gibt ja manchmal fluchen von den von predators auch andere figuren wo manchmal zubehör üblich bleibt zum einmal im ganzen kopf so was hier zum beispiel wenn man puppen selber machen kann könnte man den als kopfen nehmen kann man sich nur einen weiteren beim tour figuren machen aber ihr müsst mal sehen wie überhaupt sagenhaft so eine figur aussieht und wie alles schön bemalt ist und ich muss sagen das ist fest das ist fest montiert ist einfach nur einfach nur die diese maske die vorne drauf befestigt ist und hinten sind die ganzen also diese ich weiß immer nicht worum die dienen ich denke mal das ist in seiner haare irgendwas sein in seiner zöpfe aber das ist das entscheidende genauso auch mit dem kopf den ich hier habe seht ihr das sehr schön auch und natürlich dann wenn man so überlegt na aufnahme na ja ich will versuchen kann es jetzt nicht aber ihr seht sehr schön gemacht auch die augen der mund die kiefer auch natürlich seine zöpfe sehr schön so was hat meistens immer übrig und da kann man entweder machen hat der kopf irgendwo ein gegner gehauen worden ist und dann liegt er darum leuchten ist grün oder andere sachen dann kommt natürlich dann seine seine waffe seine beliebte klingenwaffe die im arm dran ist das kann man rausziehen so hier kann man am arm befestigen das ist zubehör gewesen von irgendeiner figur sowas kann man zum beispiel seinen waffen wand der meisten von bretter diese waffen und kann daran sind da könnte man die mit den anderen sachen verbinden zum beispiel wie diese hier nur die maske was also bei ist dann einmal so eine maske und dann bleibt natürlich auch die hände üblich immer von denen hier natürlich auch die anderen zugehörigen den golden ich euch gezeigt habe diese kalle hier wie kann man auch weg tun oder die klingen hier die kann man im waffen schrank wieder reinsetzen weil ich meine so was hier und die anderen sachen wie diese kampfteil diesen draht oder diesen diese diese peitsche und diese maske also man kann ich sag mal die zubehörigen sind immer sehr schön finde ich immer zu haben und der kann man weg tun und was natürlich auch immer wie das auch natürliches schild weg und die andere hand aber was natürliche bürger ist ist natürlich dass das ist natürlich die trophäe eines prädatoren breiter ist natürlich klar was macht der breiter er sammelt trophäen ja ihr könnt schon denken wie er es macht entfernt möchte ich jetzt hier nicht auf dem kanal sagen aber viele wissen wie das funktioniert im film sei denn ihr ein kleiner ein kind guckt zugehörige erzähle und dann möchte ich nicht aber das sind die trophäen was ein breiter sammelt so was hier dann gibt es auch natürlich waffen waffen zubehör wie eine plasma gewährkanone so sieht sie aus ich weiß nicht so welche gewesen ist ich glaube zudem mit dem umhang ja ich meine ich meine würde dazu gewesen zu dem hier und die was meine maske hat er auch gehabt auf jeden fall gehört die mit dazu und das ist so eine plasma kanone weil er hat ja auch verschiedene waffen wurde er mit kämpfen tut entweder seine diese 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 kanone die man auch als pistolenwaffe umfunktionieren kann müsst ihr mal schauen im film gibt es welcher fünf war das jetzt gewesen genau diese predator wo war das gewesen irgendein film da waren die stadt gewesen und irgendjemand findet diese waffe und sind draußen griff dran ist und dann genau die wettbegefunden da ist ein griff dran und dann schießt ein mensch damit sich zu verteidigen aber nach einer zeit wird die leer aber man kann auch die wirklich funktionieren entweder für hier diese pistole die rande ziehen und oder einfach mal als normal schlosser fahren so zu machen ist moment ich weiß nicht vielleicht habe ich auch eine diskscheibe ich habe noch mehr gefunden haben wir noch solche arme hier die man ändern kann auch die die kann man zum beispiel wenn man irgendein zum manchen kampf szenen nachmachen möchte wo der gegner irgend wenn mensch und soldaten zufällig die hand abgehauen könnte man so alles drauf liegen und dann du mit so leuchtende farbe das bemalen dass die hand irgendwie abgetrennt worden ist im kampf man kann solche szenen nachmachen dafür dienen die teile sehr gut sowie auch die ganzen hände hier und sonst was aber es gibt eine interessante waffe die ich auch sehr interessant finde im film vom predator das ist die disk das ist so eine gesunde fliegende ja eine scharfe disk die sehr scharf ist und die fliegt also deck hier werden die finger reingesetzt von den jenigen die ja ich musste gerade im unterbrechen meine frau am schreien gewesen ist fußball dran mit der em und 1 zu 3 für deutschland also sie spielen euch sehr gut muss ich sagen top also drücken uns die daumen ja wo war ich geblieben jetzt geblieben ja die disk hier zum beispiel ja man kennt ihr auch zum beispiel in predator 2 wo der eine farbigen polizist der super gespielt hat der hat ja ein polizist gespielt und der hatte zum schluss an diese waffe gehabt und hat sich damit verteidigt und die kann man schmeißen und die wenn die trifft gegner schneidet alles durch wie gesagt ist eine sind auch sowieso art so eine scheibe diese vibration ist und dann durch die vibration fliegt dann irgendwie und dann schneidet alles durch was entgegenkommt ja material im film sage ich jetzt mal ist eine spezielle jugend die sehr sehr hartes und flexibel ist aber gut das ist einfach film science fiction ja wie gesagt diese dies ist auch habe ich einmal nur weil ich habe nach sehr viel zubehör auch von star wars hier zum beispiel das sind alles zubehören ist auch noch eine hand ja jetzt auch noch eine hand von von petro sehr sehr viele sachen drin also die alles übrig bleiben von so vielen oder darf mohr hier doppelt liegen schwert hier alles was drin ist oder andere köpfe es bleibt so viel übrig das ist meistens noch eine mehr große sammlung wie eine ganze jugend sammlung ist nach wie gesagt und deswegen habe ich will ich mache nur ein kleines feines spezial video für euch noch einmal ich denke mal jetzt wird immer sich an sehen eventen sich an einem fieber sein ihr mit alle vom fernsehen und unsere mannschaften daumen drücken ich drücke zu auge darum 1 zu 3 hätte ich wirklich nicht gedacht sie spielen heute sehr gut und ja mal gucken wir schaffen das zurück unser mannschaft unsere mannschaft die daumen gut das war's vom video und auf jeden fall werde ich noch mal kommende zeit noch einmal mich noch einmal melden zu meinem neues kostüm weil ich euch ja gesagt habe ich möchte entschuldigung ich habe überlegt als ich ja diese figur mir geholt habe ich habe ja jetzt viel von batman gemacht und sonst was und ich habe überlegt ich mache auf jeden fall noch irgendetwas anderes weil ich möchte wieder ein kostüm machen man vorgeht nicht so wieder wie langsam wieder arbeiten großarbeit war ja auch auch in dorneaugen böse gemeint nur wenn man immer zu zweit ist kann man schlecht video machen kostüm zeigen sonst was und ich werde auf jeden fall ein kostüm machen was so bis ins damals mäßig in ringen geht aber um brettor ich werde auf jeden fall auch ausrüstungswaffen bauen es gibt wird einfach eine lanze gemacht die aber auch als die spät dient doppelklingen wird was aber ausgefahren wird als speer vom predator und es werden andere sachen zukommen wird sehr interessant wenn hier auf jeden fall ich habe pläne ich wollte normalerweise irgendwas auch von so nachmachen sollte fallen aber ich bin nicht so der horror freak meine frau ist man liebt diese teil aber ich kann mir die sache nicht angucken es sind zwar gute filme aber ich bin nicht der leider der horror also ist auch schon irgendetwas aber das ist ein bisschen so eine stufe zu hoch aber ich werde mir überlegen so bist du sein fisch ist sein fischer mäßig irgendetwas noch nachzumachen und auf jeden fall das wird auch mega ich werde so auch eine spezielle kupfer lack die lackierung dose holen für den metall zu lackieren um besser der effekt rein zu kriegen so richtig gold kupfer mäßig schwarz das richtig proaktor mäßig aussieht dass hier weil ich mal die sachen fliegen gehen muss dann pass mal auf das ist ja mega ich will mich nicht die die beste machen besser zeigen aber ich möchte wirklich mal aktiv mal zeigen dass man abwechseln hier rein bringen am sinne wünsche ich euch wirklich jetzt zum letzten mal einen schönen sonntag guckt fußball und unsere deutsche mannschaft die daumen bis dann euer mike bleibt gesund ciao